Man findet es in jeder französischen Küchenschublade. Nicht in der Besteckschublade, sondern in der mit dem Krimskrams. Hier, das Austernmesser. Es hat eine kurze, spitze, solide Klinge und einen Holz- oder Plastikgriff mit einer Art Schutzvorrichtung. Als ich zum ersten Mal eines sah, dachte ich, es sei ein Werkzeug, das nichts in der Küche verloren hat. Wir Deutschen sind nun mal keine Austernesser. Austern sind bei uns eine eher seltene, teure und schicke Sache, also eine Angelegenheit für Feinschmecker. Die Franzosen hingegen essen leidenschaftlich gern Austern. In den Ferien am Meer, vor allem aber an Weihnachten und an Neujahr. Daher benutzen sie ihr Austernmesser, das sie jeden Tag in ihrer Krimskrams-Schublade sehen, praktisch zweimal pro Jahr. Wie verwendet man das seltsame Ding nun aber? Gute Frage. Na, dann schauen Sie mal. Bedecken Sie Ihre Hand mit einem gefalteten Geschirrtuch. Legen Sie nun die Auster darauf, und zwar mit der gewölbten Seite nach unten. Das spitze Ende der Auster muss zu Ihnen zeigen. Der Muskel, den es zum Zerschneiden gilt, liegt hier, etwas über der Mitte, also ungefähr drei Finger breit über der Spitze. Hier setzen Sie nun ganz sanft, ohne Druck, die Messerspitze an. Halten Sie das Messer etwas schräg. Nun müssen Sie so lange vorsichtige Drehbewegungen mit Messer und Auster machen, bis das Messer eindringt. Wunderbar. Jetzt können Sie den Muskel zertrennen, den Rand der Schale aufschneiden, den Deckel öffnen und entfernen. Voila. Das sieht alles ganz einfach aus, aber täuschen Sie sich nicht. Jahr für Jahr gibt es in Frankreich durchs Austern öffnen ca. 2000 Unfälle. Das sind mehr als die Unfälle durch Champagnerkorken, in Frankreich übrigens die Hauptursache für Erblindung, und weniger als die Tausende von Lebensmittelvergiftungen durch Austern, die nicht frisch oder von Bakterien oder Viren befallen sind. Tja, so ein Leben als Gourmet ist schön, aber auch ganz schön gefährlich. Sollten Sie Angst haben, sich zu verletzen, kann Ihnen geholfen werden. Elektrische Austernmesser, Austernhalter aus Silikon, Öffnen in der Mikrowelle, Handschuhe aus Edelstahl, es gibt die tollsten Utensilien. Oder aber, Sie bitten ganz einfach den Verkäufer, Ihnen ihre Austern zu öffnen. Das ist vermutlich die sicherste Lösung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.